Jetzt ist schon wieder was passiert. Hilfe! Was hat denn das? Halt's Maul. Auf Lateinisch. In unserem Internat wohnen 33 Buben. Amico, amiki, amikorum. Da steht drauf, Petting 69. Getreten verboten. Getreten du mir selbst. So viel Pistolen für so wenig Hirn. Und jetzt? Ja? Längst du den Atem direkt in die Hände. Das kann ich nicht. Ist gut. Ich hab Angst. Wir haben eine kleine Umfrage laufen. Was sagt denn Petting 69? Was für ein Glück, dass wir so ein alter Sack sind. Ja, warum denn nicht? Warum singt denn keiner? Wir können doch alle zusammen singen. Weil interessant ist das schon. 70? Heilige Zahl. Und 69? Immer ein bisschen Ding. Geht. 2? Ja. 5?